Die brauchen hinten zwei Dreierketten, beziehungsweise drei Zweierketten, der vorne falsche Fünf und einen offensiven Sechser, der natürlich mit der Neuen korreliert, dann schön über die Flügel kommen, hinten dicht machen, gegenpressen und natürlich die taktrische Masche umsetzen. So. Und im Endeffekt sagen alle Trainer, das Spiel wird im Kopf entschieden. Ja, und zwar 20 Minuten vorher. Ja, genau.